Hallo ihr Lieben, wir machen heute wieder mal ein neues Video. In dem Video probieren wir Rosas neuen Schnüffelteppich aus. Wir verstecken fünf kleine Belohnungen. Als erstes habe ich das in diesem kleinen Kreis hier versteckt. Dann in dieser kleinen Höhle. Als drittes in diesem Ding hier. Dann hier in diesem kleinen Dreieckkreis. Dann in diesem Gestrüppel hier. Und als letztes hier. Und jetzt holen wir Rosa. Ich bin super gespannt, ob sie alles findet. Und ihr? Ja? Jetzt hast du? Juhu! Super! Bravo! Bravo! Fein! Bravo! Bravo! Fein! Hast du super gemacht, Rosa! Bis zum nächsten Video! Tschüss! Tschüss! Tschüss!